Und essen musst du einen Sandwurm und eine Zange Mehlwürmer. Das wird dir jetzt aber Matt in der Welt. Unser Lieferweiter des Monats. Ja, jetzt. Das musst du dir reinhauen. Das kannst du mir reinhauen. Wieder benutzen? Ja. Und sobald du deine Hand in der Schüssel hast, laufen 60 Sekunden. Gut. Okay. 60 Sekunden, ab jetzt. Psst. Du kaufst gut, das ist sehr gut. Von einer Menge, bevor du das schon ein bisschen noch mitgemacht hast? Nein, gar nicht. Wie schmeckt das? Nicht so schlimm. Sag ich jetzt einfach. Sag jetzt einfach. Hättest du in der Zeit, das rum? Züsse leer, Mund leer. Eins leer. Wollt. Du darfst auch trinken. Hättest du mal an. Danke. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Markus, das gibt jetzt für dich. Die Käsefrucht, die man ja auch gerne mal Kotzenfrucht nennt. Das tritt auch eher vom Geschmack. Guck mich wenigstens ein bisschen freundlicher an. 60 Sekunden. Amen.